Ich werde den Skill-Logger schön langsam hier reinpacken. Ja, machen wir ihn auf die 7. Jetzt bin ich mal gespannt was das bringt. Na gut, ich habe jetzt nicht wirklich was beobachten können. Ich werde den Skill-Logger schön langsam hier reinpacken. Ich werde den Skill-Logger schön langsam hier reinpacken. Ich will jetzt den besiegen. Ich möchte wissen was der hier so drauf hat. Ah, ok. Oh, nichts schlimmes. Wer hätte es gedacht, dass der wieder so heftig overpowered ist. Da lang muss ich. Und jetzt sieht man auch eindrucksvoll wie viel abgezogen wird. Hallo, kannst du schneller regenerieren, Junge? Meine Fresse, ist ja nichts zum Aushalten. Ach, verdammt. Ich werde das. 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 Dasaffe. Ja, ein cooles Rezept. Oh, da geht es ja noch weiter in den Ding rein. So, also hier hoch, links, rechts, da wo der Klaus ist. Okay. 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 Äh, wie? Iiih, der hat noch Agro. Ist ja alle noch Agro, wieso na das? Ist es ne Lose? Ist es euer Ernst? Alter, was geht ab mit euch? Geht es jetzt endlich drauf hier. Die Agro bleibt auch nach dem Tod, oder was? Ach, der Wehrwolf hat auch ein Essen. 6000 Hopi, okay, alles klar. Ich glaube ich muss mehr Wehrwölfe formen. Okay. 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 Jetzt könnte ich schon langsam mal eine neue Reihe wieder aufmachen. So. Zerstöre den goldenen Wave also. Ja. Das ist doch da diese eine Stelle wo der, na das ist noch nicht einmal die Stelle. Ich dachte das wäre die Stelle mit dem ähm großen Skelett König. Aber ist sie noch nicht einmal okay. Alter wie viel ist denn da los ey. Okay. Ich würde das auf jeden Fall da herziehen für die Notfälle. Ach der Schiss zurück ist, das war ja so klar. Okay. 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 Ich hab doch den jetzt gerade zerstört oder nicht? Ach ich muss den zehnmal zerstören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich hab ihn noch على angefangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Okay, ich kann da glaube ich auch ein bisschen aggressiver sein, hallo, nein, geh da durch, durch die Menge. Was ist das? und fuhr. Seit wann hab ein Skelett eh ein Fell? Ja, er ist wieder da. Ja, er ist wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 Das dauert wieder mal viel zu lange Wenn die wenigstens was gescheites droppen würden Aber die haben ja nichts Ach komm, komm mal schnell Okay Das dauert wieder mal viel zu langen Das dauert wieder mal viel zu langen Das dauert wieder mal viel zu langen